WDR mediagroup GmbH im Auftrag von Funk 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 GmbH im Auftrag von Funk WDR mediagroup 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 GmbH im Auftrag von Funk Keine Geräusche, weil wir in der falschen Ebene sind, oder? Ja, da wird wieder einer sterben. Das war Nummer 12. Von zwei Angriffen. 13. 14. Ne, 13 sind es noch, ne? 20. Aber ne, da war ein Ding und zwei. Okay. Es sind auch keine Helden da, die unterstützen. Die gehen nur entdecken, wahrscheinlich. Es sind 18. 19. Oder? Weiß ich jetzt auch nicht. 17 sind es, glaube ich. Erledigt? Ne, ne? Ja, wo laufen noch welche rum? Da oben zum Beispiel ist noch eine Spinne. Okay. Ja, 17 Leute weniger, ne? Würde ich sagen. Das ist nicht so dolle. Schauen wir mal, wie das wieder wird. Happiness ist runter. Wir brauchen aber nur 48, 3. Oh, hier ist das Wasserrad jetzt angekommen. Sehr interessant. So, das bedeutet jetzt... Ist es passend hoch? Ne, da ist jetzt noch das Problem, dass wir da... ...noch einen Stein hinbauen müssen, oder? Aber wir müssen erstmal... ...hier... ...dick sagen. ...und dann... ...wollen wir da noch irgendwo einen Stein. Wo... ...dieser... ...dann vielleicht da hin. Jetzt haben wir wahrscheinlich keinen Bergmann... ...und wenn wir keinen Bergmann haben, funktioniert das nicht, oder? Doch ist einer da. Jetzt ist wieder eine Pause. Und hier wieder eine ganze Litanei. Okay. Weiterlaufen lassen. Hier ist niemand, oder wie sehe ich das? Hm. Sieben von drei auf sieben. Priethoffstechnisch müssten wir was machen, ne? Steine beerdigen. Äh, wo war'n das hier? Ne, Quackdeko. Deko. Da sind Grabsteine. Ah, ich muss die Shift-Tasse mal gedrückt halten, dann geht das auch, ne? So, hier ist ein Sammelpunkt... ...für... ...Patrouillen. Und da kommt die Armada. 17.77 haben wir. Da kommt ein Held allerdings diesmal ins Spiel, oder? Ah, der ist sonst wohin gelaufen, aber nicht da, wo er soll. Ein Händler fährt weg. Der wird auch nicht beachtet. Tja, da lief grad einer lang. Okay, hier wird gekämpft jetzt. Ist auch erledigt, außer wir sind in der falschen Ebene wieder mal. Okay, da ist ein Held auf jeden Fall, wenn's denn einer ist. Wir haben aber schon Verluste von zwei. Hier wird's wahrscheinlich gleich auch enden. Ja, und das sieht nicht gut aus, ne? Maria de la Porte wird das noch... Oh, die hat's geschafft. Respekt. Das hätt ich nicht gedacht. Achso, der ist jetzt hochgegangen gerade, ne? Da war noch ein Schleim, der ist aber auch kaputt gegangen. Ja, ging, ne? Sind wahrscheinlich irgendwo noch ein paar. Da oben zum Beispiel läuft noch ein Schleim lang. Der Held kann sich aber darum kümmern. Macht er auch. In dieser Welle nur zwei verloren. Das ist schon gar nicht mehr so schlecht, ne? Und das Wasser läuft. Und ist auch zu, okay? Jetzt muss man mal gucken. Oh, da ist noch ein Dingens hier. Mein. Ich glaube, das war ja verkehrt, ne? Was der da sitzt. Ja, vielleicht wird er ja weggearbeitet, ne? Dann könnte das mit dem Wasser auch klappen, ne? Und da kommt einer. Hat er auch weggemacht. Super. So, jetzt muss man gucken, dass das Wasser dann voran läuft. Also hier haben wir alles richtig gemacht, glaube, ne? Förderrad geht nach da. Wasser geht nach hier. Geht auch weiter vor, so wie es aussieht. Vielleicht klappt es ja diesmal. Wir haben 15 nur noch. Und wie sieht es aus mit dem Dingens? 12 von 44. Wie sieht es hier unten mit Beerdigung aus? Okay, da werden auch schon welche hintransportiert. Also hier ist wieder ein Sammelpunkt hier. Ist jetzt die Frage, wie viel, ne? Hier müsste ja eigentlich auch einer hin, aber da liegt jetzt ein grüner Schleim. Da kann man nichts hinmachen. Sind die denn hier beerdigt? Ne, da ist schon ein Gammel. Dann lassen wir hier nochmal einen Friedhof machen. Ah, Schiffftaste wäre sinnig, ne? Gucken, wie weit das nützt. Miasma ist hier schon, ne? Stehst du da dran? Ne, ne? Stink Cloud. Miasma heißt es bei Draff Fortress. Ja. Das ist jetzt nicht so doll gelaufen, ne? Hier ist Wasser, ist schon bis dahin, okay? Und auch eine Etage höher und ist noch ein bisschen höher. Muss man mal gucken, ob es dann klappt diesmal, ne? Aber ich glaube nicht dran. So, wie sieht es unten aus? Ist hier noch weiter entdeckt worden schon was? Hier unten... Ist was passiert, ja? Okay, da ist auch einer langgegangen. Hier. Ne, der Gang nicht. Ja, ich glaube hier oben ist wieder ein bisschen weiter gemacht worden auch, ne? Könnte sein. Hier ist... Weiter... Ausgehoben worden. Da geht ein Held gerade hoch. Hier kann man noch was entdecken. Okay. Wie sieht es hier aus? 18 von 44. Und da sind wir oben. Und... Da wird geschlafen. Wir müssen mal gerade reingucken, wie viele Leute wir wo haben, ne? Essen 5. Bergmann 1. Erntehelfer 3. Holzfäller 1. Ja, das geht alles soweit noch erstmal. Hier wird irgendwann ein Geist erscheinen wahrscheinlich, wenn das nicht weggeräumt wird. Wird auch nicht gemacht. Ich glaube, wenn wir das so lassen, ist die Frage, wer da gerade gestorben ist. Muss man doch mal gucken. Irgendwo liegen bestimmt noch Leichen. Dann wird ein Geist kommen, ne? Aber naja. Das wird dann auch überlebt. Na, hier geht es jetzt mit dem Wasser nicht weiter. Wir haben es bis dahin geschafft, aber mehr auch nicht, ne? Ja. Sieht dann nicht so aus, dass das klappt, ne? Unser Wasserlauf funktioniert nicht so richtig. Gut. Haben wir das rausgefunden, ne? 18,44. Ja, hier ist schon der erste Geist. Na, da lief doch gerade einer lang, oder? Aber der Weg wird jetzt nicht genommen. Und die Regenens hier, die Herrschaften, die hier, sag schon, patrouillieren, die interessiert das jetzt auch nicht. Okay, der Held hat es sofort platt gemacht. Ja, das sind aber auch keine starken Widersacher, denke ich, ne? Könnte klappen, dass man da nicht stirbt. Gut. Okay. Ja. Wasser nochmal gucken. Ne. Das, oh, jetzt ist das Spiel wieder in Pause. Das bedeutet, wir haben wieder irgendwo was. Und zwar hier. Und zwar nicht so viele. Okay, das werden wir dann schaffen, denke ich. Und gehen wir ganz in den Keller. Ist hier schon weiter ausgehoben. Hier glaube ich nicht. Vielleicht ist der Gang länger geworden. Könnte sein. Hier ist noch nichts passiert. Der läuft auch schon ganz langsam. Wird wahrscheinlich sterben vor Hunger. Hier ist nichts. Da ist was. Also hier ist mehr entdeckt worden. Hier glaube ich auch. Also er ist jetzt hier am Abarbeiten. Und läuft jetzt ganz langsam hoch mit ganz viel Hunger wahrscheinlich. Und stirbt dann unterwegs verhungert. Okay. Ja, dann würde ich aber auch erst sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt schon ein Abo. Wenn nicht, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ja, macht die Glocke an. Dann kriegt ihr auch eine Info über das nächste Video. Und ich bedanke mich recht herzlich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.